Dass das jetzt richtig ist, wäre übertrieben, weil ich es hier nicht sehe. Hm. Äh, pfff. Gute Frage. Das braucht man nie aus der Hose nehmen. Nicht, weil das so dick ist, sondern weil es einfach irgendwann weht. So kleinen Monat mal eben. So. Ich verstehe es gerade nicht. Ich gucke jetzt noch mal. Das ist die Heikyunküste, definitiv. Ich bin mir da sehr sicher. Ach ne, das ist nicht. Blödsinn. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe es gerade eben gesehen, dass sie das hier nicht ist. Also glaube ich zumindest nicht, dass sie das hier ist. Wir gehen jetzt trotzdem hier noch mal rein. Hallo? Ich dachte, ich könnte hier irgendwo rein. War das nicht so? Nein. Nein. Offensichtlich nicht. Offensichtlich. Ja, hier konnte ich rein. Ach komm, wir räumen hier drinnen jetzt auch nochmal auf. Nicht, dass ich hier drinnen irgendwas fange. Ach, hau ab. So. Gibt ja auch nochmal ein paar IP. So. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Das natürlich schon. Okay. Okay. Das Geld nehmen wir natürlich. Ja, aber wie gesagt, hier ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass die... Ach, komm. So, geht doch. So. Dann können wir hier wieder raus. Dann haben wir auch aufgeräumt, aber hier war es auch nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie woanders ist. Ich weiß, relativ ist halt nicht hundertprozentig, aber gut, wir werden sehen. Hat aber nochmal knapp ein Drittel an unseren EP-Balken gefüllt. Das ist auch mal gut. Hallo? So. Ach ja. Können wir hier mal weiterschauen. Genau, nix. Ich glaube, dann waren wir hier nämlich auch durch. Da ist nix mehr. Dann waren wir hier auch durch. Können wir hier auch wieder rausgehen. Dann geht es nämlich hier rüber. Ach, hier. Bossy-Fighty. Heiky und Küste. Da ist zum einen die Quest und zum anderen... Genau. Hier war nämlich so. Aua. Du schlägst mich nicht. Aua. 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 Kannst du das mal lassen? Ja. Geht doch. Arschloch. Ging eigentlich nicht. leichter als ich gedacht habe. Bin ich ein bisschen überrascht. Aber das Loot hier ist jetzt auch mal eher mäßig, ne? So. Gehen wir hier nochmal im Rhein. Ach, haut ab. Er ist hier auch nicht. Ja, das war jetzt ja auch nix tolles, ne? Das muss man jetzt mal so sagen. Dafür, dass er ein Boss war, fand ich das jetzt mal eher medium. Und jetzt kommen wir hier nämlich auch zu sehen. Ach, Hallöchen. Genau. Und da war nämlich auch diese Quest, die ich gerade eben gesucht habe. Dann besuchen wir mal den Halkion. Die Halkion-Küste oder einfach den Strand. Gehen wir ein wenig zum Strand. Na ja, hier war das glaube ich auch. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Okay. Doch, das war sie. Wusste ich doch, dass die Quest hier war. Dein Gepäck ist voll. Ach, bitte. Ist jetzt nicht wahr, oder? Na gut. Es bleibt uns ja eh nix anderes. Können wir jetzt mal... Ah, habe ich das Portal jetzt so kacke? Ach, da machen wir halt Neues. Ja. Sag mal, könntest du dich hier mal wegporten? Ist heute nicht, weil ist nicht, oder was? Sag mal... Ich komm nicht auf das... Ah ja. Ich wollte schon meckern, dass wir da gar nicht drauf kommen. Manchmal hat das Spiel so komische Anwandlungen. Es ist einfach so. So, die Quest wird sich hier jetzt auch von selbst erledigt haben, oder? Ja. Hier ist keine mehr. Ja. Der Stab ist eine mächtige Waffe. In rechten Händen. Plus 10 Intelligenz können wir auf jeden Fall anlegen. Statt plus 6. Ähm... Ja. Da können wir den hier hinpacken. Ähm... Ne. Plus hier Geschicklichkeit. Plus... Ne... Ja. Ich weiß auch nicht. Kommt, wir nehmen den. Gar nicht lange überlegen. Ne. Sowieso nicht. Hm... Nein. Ist das denn Kältewiderstand plus Energie? Ja, das können wir auf jeden Fall nehmen. Bin ich der Meinung? Müsst du da noch... Ne. Ach, in die Arme kommt rein. Alles klar. Ähm... Ne. 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 Okay. Ja. Einen guten Tag noch. Ja, ebenfalls. Keine Ahnung. Irgendwas suchte ich gerade und habe es nicht gefunden. Wollte gerade sagen, mach die blöde Schildkröte weg. So. 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 Okay. Ja, war klar. Ja, war klar. So. Das heißt, hier nehmen wir mal event. Das Schöne an dem Spiel ist es halt so wirklich entspannt. Man tüdelt so vor sich her. Nachher wird es schon noch ein bisschen stressiger, aber bisher ist das alles so lalalalala. Aber wie gesagt, wir sind noch sehr früh am Anfang. so. Wie gesagt, wir tun uns ein bisschen schüffeln und da stray. Oh. Aber ich mache die 혼자 Nischungen wie die Eier没有. das kann man mitnehmen das kann man auch mitnehmen das kann man mitnehmen